... und die Situation geklärt. Malinovic. Hier sehen wir nochmal, dass es eine sehr, sehr enge Entscheidung war, aber sehr gut gesehen vom Schiedsrichter entspannt. Morgen Johann. G.R.G. Mondil. Und direkt zurückgespielt. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Gregoritsch. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. Unterkante Latte und dann drin. Da passt da aber auch gar nichts mehr dazwischen. Das ist eine enge Kiste. Der kann ja auch rausspringen. So ist es ein klasse Tor. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Ja! 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 Genau! Ja!